Eure Majestät Der uns, wie man unkt Ins Dunkle tunkt Ja, jetzt kommen wir noch auf den Punkt O Herrscher meines Landes, Oedipus Komm, o du Bester des Sterblichen, richte wieder auf die Stadt Die Besikheimer Studiobühne spielt König Oedipus In einer Neu-Dichtung mit Musik von Bodo Wartke Ab dem 18. Oktober im Steinhauskeller Besikheim Eure Majestät, ich sag es ganz konkret Ähm, ja, ich auch Jetzt Karten sichern auf www.sb-fisikan.de Oder im Vorverkauf bei Magazino in der Kirchstraße 20 Wir freuen uns auf dich Bis bald in Theben